Bitte, jetzt gehen wir, glaube ich, etwas baden. Mal umschauen da. Kann nicht schaden. Anzeige, Poster. Ist ja eigentlich eh ein Wahnsinn, was da eigentlich überläufige Poster hängen. Wenn ich nur das Mysterium der verletzten Kattpicks verlesen kann. Kattpickte. Ja. So, haben wir da noch ein Poster, irgendeins. Anzeige. Gleich ein Wahnsinn, ich kann nicht was um einander hängt. Naja, dann werden wir mit ihr reden. Kann ja nicht viel sein. Mädchen oder Mädchen? Junge oder Mädchen? Mädchen und Mädchen, oder? Mädchen, natürlich. Mädchen? Oh, la, la. Lass mich schauen, ob der Pool ist heiß. Was für eine blöde Frage. Mädchen oder Junge? Selber so da. Socke. Woher geht das andere Poster? Broke schickt, was? Es sieht aus, dass Broke will, um zu dem Drive-In mit Warren zu gehen. Der amerikanische Drive-In-Theater. Was war das? Was war das denn? Die? 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 Alles. Ja. Sicher. Das sind coole Fotos. Flossen. Was haben wir hier? Cagefliessfach. Aha. V-Karte. 18 Dollar. Fällt am Ende des Dezember 2013. Sehr gut. War vielleicht gar nicht so deppert jetzt. Das war gar nicht... Ah, das ist ja... Ja, das sind die... Ja, ja. Ja, süß. Gut. Da haben wir Sägel. Ja, alles aufgeschaut. Sägel ruhig alleine da so. Du geh kem. Das ist ein Wahnsinn, oder? Es ist mir einfach alles zu einfach da, Leute. Nicht böse sein. Das ist jetzt mir alles zu einfach. Äh, Pink Goo. Ich sehe, warum jeder seine eigene Soap bringt. Ja, das ist noch immer das Schild da. Victoria, J.S. Oh, ja. Das ist nicht ein schmerziger Krei für die Aufmerksamkeit, oder was. Es ist mir einfach alles zu einfach da, Leute. Es ist mir einfach alles zu einfach da, Leute. Die können das auch ohne weiteres umeinander schleichen. Rachel, Apple, die Gates. Ja, da sind so... Ich hoffe so, Freund. Und die werden da nicht die Kate... ...heit und Karl. Das ist mir einfach zu einfach. Aber gut, ja. Für mich ist das... Ich bin... Ich meine, wir sind halt solche Spiele lieber. Wir sind da solche Spiele eh lieber, irgendwie. Dass wir nicht immer so eine Action haben. Dass man sich mal in Ruhe umschauen kann. Ich hab da persönlich eh nichts dagegen. Weil es muss eh nicht immer eine Zombe oder irgendwas gleich an die Ecke kommen. Oder so. Sicherlich andere haben das ganz gern. Aber ich bin da einer zu der Typ. Ich seh lieber, ich geh da lieber einen halben Stunde spazieren. Dann kann man alles in Ruhe anschauen, als wenn da einer in der Ecke noch rauskommt. Sagt das ganz ehrlich, wie es ist. Gästeliste. Warte, was? Ich seh lieber, ich bin der Vortex Club Bouncer. Decisions, Decisions. Namen entfernen. Mal vonzdote. Ich weiß nicht ob meine Vortex Club Bouncer. Ich glaube, ich bin der Vortex Club Bouncer. Zwei, Zwei, Zwei. Zwei, Zwei. Na ja, da werden wir sie jetzt einmal so in Ruhe umschauen. Das denkt man da jetzt eh besser, dass wir sie da in Ruhe umschauen. Ich sage das eh ganz, ganz ehrlich. Ich sage das eh ganz ehrlich, müsste sie leben, dass ich mich in Ruhe umschauen kann. Ich sage das, wo sie sich in Ruhe umschauen können. Warham Graham. Aha. Das ist ja wahnsinnig, dass man das findet Das ist jetzt meine Kapitel, oder? Ja, okay Das ist ja Logan Ich denke, ich sollte diese Evolution Was? Ich weiß, dass ich ein Arschloch bin, aber ich frage mich immer noch von dich, alles liebe Logan E-Cigarette, das schon her E-Cigarette, das schon her E-Cigarette, das schon her Betty hat das entwickelt in Jefferson's Klasse Aber warum? Sicheres Pullover Schwimm Das ist ein komisches Geräusch da Naja, soviel zum Männerklappi, ne? War eigentlich eh nicht viel Sex me up Sex me up, alter Victoria Love Day Naja, da sollen wir nicht schwänisch werden Sexistisch Hm Okay Da sollen wir nicht sexistisch werden 69 Reims to Peng Rachel Was? Bros will be Bros Essen Aha, bros Du bros Ja, da sollen wir nicht sexistisch werden Das ist Kaffee und Schwimmung Good combo Ja, okay Ja, wir haben sie Otter Ja, wir haben sie kapiert Otter Ja, wir haben sie kapiert Otter Now I have the power over light And death Das ist natürlich die Frage Ob man den Scherstack Da ist schon Death oder nicht? Whiteboard So, the big plan is So, the big plan is Das ist natürlich jetzt die Frage Aw, look at the baby Halloween pumpkin H술 B licent Ab Ohio Dann ran Geld Was? Na Ostern Time to do or dive, Max. Head to export. No way. Oh, yeah, baby. Feels like a hot tub. And with my cash dash, I'm queen of the world. Bow. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare. Come stop me, hippie. Okay, you asked for it. Oh. I'm sorry. Oh. I'm sorry. Why, look. An otter in my water. You were so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. I'll just rewind and harpoon you. Otters revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out why for Kate's sake. She didn't deserve to die. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on. My power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. You didn't stumble when you saved me, Max. Not that time. But that's because you were there to kickstart my power. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected since without me you would have never discovered your power, right? Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And do you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay? I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. You're the bro killer. Tats and tube. You did not just say that. Plus, I am not down with these Arcadia Bay hillbillies. I don't blame you. Anyway, we have bigger fish to fry, right? No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. You know I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other. Outer versus shark style. I, uh, think I've had my pool experience for the year. Let's check. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Hide! Move, Max. Don't waste your power on getting busted. Make sure you cover the whole terrain. Are you shedding me? Scheiße. Dude, hide. Like when we were kids. I could use my power. Or just look for a hiding spot. Or both. Where are they? Hey. Hello? Hello? Anybody there? Hey! I need to round the gate at the seat. I'm not sure your wheels. Yeah, yeah. Oh, So bad. I can't wait for the bank. We will see them. What happened. I can't wait for a hug. Where are you 들� és? Hallo? Hallo? Anybody da? You better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. I heard something over here. Who's here? I got a flashlight and a stick. Hey! Hey! Rewind! Now! Yeah! Bye!